Herzlich willkommen zur weiteren Folgekarte auf dem Marsch. Wir sind aktuell auf Feldnummer 25 oder 24. Das ist auch nicht so wichtig. Das andere Feld ist daneben. Erst Ball einsammeln und dann wollen wir gleich düngen hier. Und dann geht es sammeln weiter auf Feldnummer 24 glaube ich. Ich wollte das Paranelfeld, was wir gerade gesehen haben. Und dann geht es sofort rüber mit den beiden Pressen und entsprechend auf Feld 44 dann schon mal anfangen zu pressen. Da wird aktuell geweht. Zwei Traktoren im Verband. Den wird man hier so stehen lassen. Hätte ich es für ausmachen können. Wir werden mal sehen, dass er ganz schnell pressen. Das heißt, der muss sofort dahin. Erstmal entlassen, halten kurz lassen. Und rüber düsen. Es ist nämlich wichtig, dass wir so schnell wie möglich das Gras hier zum Ball treffen, bevor das zu Heu wird. Denn trockenes Gras habe ich gemerkt. Das wird irgendwann nachher zu Heu. Und ich will nicht so viel Heu haben. Ich will Silage haben. Die BGH muss Silage haben und kein Heu. Das heißt, sie müssen beeilen. Die beiden Mähenfleiße, das geht ziemlich voran. Unter anderem sammelt mittlerweile Heu. Das geht aber ins Lager. Hatte ich mal geplant, dass das mal in die Heutrocknung geht. Auf 21 war es nicht mehr Gras, sondern Heu. Ist im Grunde kein Problem. Ist sogar gut. Wir sparen wir den Prinzip Diesel ein. Aber war dann nicht so. Na ja, gut. Ich hätte lieber Silage gehabt. Also in dem Fall, naja, in dem Fall ist es gut. Da ist es egal. Aber da ist nur eine freie Stelle. Ja, in dem Fall bei, naja, bei Silage ist es gut. Weil dann wäre das schlecht, weil wir für Heu kriegen wir bei der BGH, äh, wenn überhaupt Kackelgeld. Weiß ich gar nicht genau. Also wir müssen jetzt im Prinzip ganz schnell hier rüberfahren. Auf 14.44 und so fort. Pressen beginnen. Das heißt, äh, das wird jetzt bisschen... Naja, bis hier nicht, aber ich muss dabei bleiben. Ups, das kalt. Weil die Fahne ist ja querfeldein und die anderen beiden fahren auch querfeldein. Und die sind so ziemlich flink und dann sind die gleich hinterher. Und äh, suchen sich und finden sich. So, jetzt geht los. Hier musst du jetzt sofort einstellen, äh, Kurs kopieren. Ich muss ja von den beiden Kurs, die da oben fällen, einen muss ich haben, so einen kopieren. Und dann muss ich hier einen linken und einen rechten haben, ne. Ich sag mal, der linke ist jetzt, äh, der, wo ich grad fahre. Erstmal kopieren, immer einen Kurs. Immer den alten löschen. So, mähen, fällen, 44, das ist richtig. So, erster Wirkung ist auch richtig. Modus auch richtig. Du sollst der linke sein. So, deaktiviert. So, Verband aktiviert. Das ist wichtig. Breite ist auch richtig. So. 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 Gehen wir zum zweiten Taktor. So. So. Dann machen wir das gleiche. Wir kopieren auch. Ist das richtig? Kopieren. Äh, das ist mir glaub ich egal. Ersten Wegpunkt. Rechts. Okay. Verband aktiviert. Ich will aber mit dem linken zuerst starten. Das heißt, rüber gehen. So. Anpeilen. Ah, ja. Jetzt können wir Glück haben. Einstellen. Jetzt muss er rüber fahren zum Punkt. Das sieht gut aus. Hoff ich mal. Und den lang hinterher. Na, gib Gas. Der andere hat schon mal los hier. Runde, ja genau das passt. Er fährt äh, hinter ihm rein. Und warum ich jetzt mal einen Lohnfallon habe, das weiß ich nicht. Ich glaube einfach habe ich nicht aktiviert, aber und so. Ich weiß das nicht. Ich weiß nicht, das kann man vermuten. Ist an dem her tragisch. Ist nicht so perfekt. Sag mal so. Aber gut. Gibt's schlimmeres. So. Jetzt können die beiden entsprechend loslegen. Dann kann ich mir später hier kalken. Kalken kann ich auf jeden Fall. Und dann später dünn. Aber hier wollen wir mal gucken. Die ersten Meter mal gucken und die richtig machen. Und nicht irgendwas verboten. Ob beide links links arbeiten. Oder rechts rechts. Dass einer rechts und einer links arbeiten. So soll das sein. So bei der Idealfall. So. So. Wir haben jetzt noch einen Gras. Und jetzt noch einen Gras. Ja. Gras. Ja. Ja. Gras. Ja. Ist das so ideal? Da müssen beide entsprechen Weil die liegen neben der Bahn normalerweise Und zwar mit mehr wie deutlich Das bringt ja dann nichts Da muss ich da ein bisschen einen Kurs verschieben Die sollen ja hier sein Gut oder nicht gut Seitlich versetzt Normalerweise müsste eigentlich nicht passen Normalerweise Ich fahre ein bisschen zurück Jetzt hat er einen großen Kreis Beziehungsweise ich fahre mal hier rechts Links und dann rechts So dass ich Punkt auch finden kann Und dann machen wir mit dem ersten gleich Ein bisschen verstören Wir machen halt mal so, dass er den richtigen Punkt findet und dann lassen wir von vorne fahren Und bei uns haben wir ja zu viele Verluste Verlassen Normalerweise hätte er doch im Prinzip vorne rein klappen müssen Aber das hat man getan Warum ist es keine Ahnung Weiß es jemand? Dann gerne mal reinschreiben in den Kommentaren So Dann wieder links Jetzt kann er arbeiten Jetzt kann er arbeiten Rechts Dann wieder rechts Rechts Da sieht man ein bisschen komisch aus, ne? Weil der Strecher So 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 Schwierige Geburt heute Und das gleich klappt Jups Da waren wir noch richtig Und jetzt können wir Ganz, 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 ganz beruhigt Die Ballen weiter einsammeln Und Dann mal düngen lassen So Hier wollen wir auch mal was tun Berechnen Feldnummero 25 22 Hier springt gar nichts Das bleibt so Hier Genügt mal kleineren Düngerstreue Aber extra einen neuen kaufen So Dann gehen wir auf den Lkw Oh Sau Kannst du nicht warten bis ich weg bin Diese Angestellten aber auch Ich bin ja gespannt was die hier machen Äh Nein, das waren sie ja da bin ich Echt mal gierig Äh Irgendwas müssen sie sich hier einverlassen Um es äh Interessant zu halten Das heißt ja auch gedeut Äh Das einzige was man jetzt noch kritisieren kann Ist teilweise der Ton Äh Äh Um mal zu sagen was äh Bei jedem Traktor wirst du den Sound was so früher gab Ich meine grüpp 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 Wird nicht geben ne Also Die neuen modernen Geräte sind eigentlich Äh Auch schon auf leise getrimmt Das heißt die werden keine äh Naja Also die neuen Fahrzeuge werden Nicht anders klingen wie jetzt Also äh Da muss man realistisch sein Äh Weil die Fahrzeuge sind nicht mehr so wie früher laut Und Diesen äh Diesel Sound Und sogar Wenn es noch gibt Sicherlich kann man beim Sound ein bisschen was besser machen Indem man das ein bisschen äh Äh Mehr Ja Stereo Sound reinbringt Oder Oder Mehr Bits Oder Keine Ahnung Dass ich quasi hinsteuern kann Aber Ansonsten wird man da nicht viel machen können So Aber im Rest Grafikmäßig Ist doch im Prinzip schon alles erreicht ne Also Wir haben HD Grafik Das geht Das ist soweit in Ordnung Äh Dass der System mit Äh Mehrfühler Modus Dass es ein bisschen flüssiger läuft Das heißt äh Dass die Situation Lander geschieht Als Jetzt zur Zeit Der Fall ist Dass äh Äh Richtung vierfach Ein bisschen mehr Power reinbringt Dass die Prozessleistung äh Aufgeteilt wird Auf äh Mehrere Prozessoren Dass man da Da Das auch nutzen kann Was die Rechner alle haben Jetzt mehr oder weniger Von vier bis sechs Und mehr Viele haben ja noch mehr Aber die meisten Haben schon mindestens vier Oder zwei Da kann man doch Entsprechend äh Äh Okay Lass das Spiel auf drei laufen Oder auf zwei Das ist ja schon Eine Teilgruppe in dem sein ne Und dass die Verarbeitungsgeschwindigkeit An sich äh Höher wird ne So Und was man da noch machen könnte Ja Gerätschaften äh Gibt's ja schon äh Sehr viele Neue Fruchtsorten Naja Ob das Getreide nun äh Hafer oder Weizen heißt äh Äh Was jetzt gab der Ist vom Arbeitsmodus her Im Grunde äh Nebensächlich 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 Stroh Beides muss abgefahren werden Beides relativ viel Anführungszeichen Äh Haferlich weniger Ja Ja Tiere Da kann ich mir mal vorstellen Und Äh Bei Ziesen halt Bei Ziesen kann man halt Äh Wenn sie das reinnehmen würden Das ist dann alles äh Richtig steigerungsfähig Also ins Detail zu gehen Dass die Kälber halt klein sind Dass die Tiere Äh Aufwachstungsstufen haben Ne Man sieht die werden größer Die Kühe halt Enthocken sind Dass sie dann äuter klein ist Oder wenn sie äuter grob ist Dann halt nicht gehen Äh Von den männlichen Tiere auch erkennt Zumindest Äh Grob Muss ja nicht auch total sein Aber sie sind alle keine kleinen Kinder mehr Das ist doch alles äh Kann man doch nicht alles beim HCQ darstellen Ne Ja Und wer das denn hier äh Bodenmäßig Ob man da noch machen könnte Ob das nicht ein bisschen äh Äh Ja Verbesserungswürdig ist Also Ich würde mal sagen Ja Ist Dynamisch Ich würde sagen Also mir wäre es lieber Es wird etwas länger dauern Ich muss zum LS21 Das ist nicht so gleich wie ein Herz erscheint Und Ja Wenn es dann 10 Euro mehr kostet als heute Irgendwo muss ich dann den Preis auch wieder hergeben Ne Das werden wir ja nicht äh Äh Umsonst kriegen Wer mehr Wer mehr haben will Muss auch mehr zahlen Ne Letztendlich Ist ja so Die Frage ob sie die Energie noch verändern werden Verbessern Also Im Prinzip in einen anderen Modus Oder Keine Ahnung Programmmäßig Ich meine für die Modder ist das immer Äh Ob die nur Maps machen oder Traktoren Ist das blöd Wenn das sich dann komplett wieder verändern würde Ne Dann muss man sich alles immer Reinfuchsen Also ich hab da keine Ahnung von Was macht eigentlich unsere Grastrocknung Ah Ah Wieder das alles Zukunftmusik Ich schau auch mal rein Was die Unsere anderen Player alle bringen An die Portion Denn die Größeren kommen eher an die Portion an wie ich Ich musste ja irgendwo aufschnappen Und ehrlich gesagt ich will doch kein Interview führen Das ist meine Absicht Dafür weise ich gerne auf andere Die das entsprechend Ganz gerne machen Und auch können Sachsen-Player zum Beispiel macht ja ganz sehr viel dabei So wie schon das soll es heute gewesen sein Danke fürs Zuschauen Dann mal tschüss um den Winkel Ciao Und hört und sieht's dann zur nächsten Folge Tschüss ARCH 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 Wir 2 Vielen Dank.